What comes to an end, der wird sich eine neue Tür öffnen. Diese neue Tür ist hier. Guten Tag, Leute. Direkt am Anschluss vom alten Vlog startet der neue Vlog. Heute steht wieder einiges an, denn wir fahren gleich zu Ikea. Mama hat mir eine fette To-Do geschrieben. Ich habe richtig immer Panik, wenn da schon To-Do steht, so bei What's That To-Do und dann Punkt, Punkt, Punkt. Aber es geht, er wohnt. Ah, weiß, es ist schon viel. Aber wir werden es meistern. Das sieht hier alles noch aus wie Kacke ein bisschen. Hier steht jetzt die Schuhbank, wobei es eigentlich ganz gemütlich aussieht, wenn es keine Schuhbank wäre. Das Bücherregal muss weg. Der Kinderbank passt hier immer noch hin. Das habe ich ja euch vor drei Minuten gezeigt, aber vor euch den letzten Vlog. Und hier sieht es halt auch katastrophal aus. Aber das werden wir alles in den Griff bekommen. Babscha ist da. Babscha isst gerade Frühstück mit Mareczka, a.k.a. Mara. Mara bekommt heute Pfannkuchen. Oder wie man auf Polnisch sagt, Nale Schniki mit Apfelmus. Schmeckt das? Ja, klar schmeckt das. Hat ja schließlich auch die Uroma gezaubert, ne? Ich gehe mich jetzt fertig machen, weil ich muss schleunigst los. Lia kommt nämlich heute wieder. Die war ja im Urlaub. Da muss ich natürlich dann auch zu Hause sein. Und Maras neue Aufgabe ist, diesen Schutz hier überall abzubauen. Achso, hey, wenn euch irgend so was gefallen, dann lasst ihr jetzt an der Stelle. Sehr, sehr gerne Daumen nach oben. Da einmal, einmal da klicken. Einmal zack. Eck. Das ist die falsche Ecke, richtig? Das ist die falsche Ecke? Einfach was umrühren. Links. Das ist die falsche Ecke. Hier muss ich den Daumen rum geben. Gib den Daumen rum. Wir haben hier diesen Kantenschutz natürlich noch dran. Der war ja eigentlich für Mara, aber der kann natürlich sehr gerne dranbleiben. Aber sie macht den jetzt immer ab. So, hier hat sich das Ganze abgemacht. Mareczko, Mareczko. Das Laufgeater muss ich mich heute auch noch aufbauen. Mareczko, Mareczko. Hm. Mara telefoniert es dann mit Mama. Und sie gibt natürlich das Handy. Mareczko? Geht nicht her. Papa? Ja, ich bin Papa. Mama, 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 Mama. Mama, du konntest schon mal sehen. Nein, nein, nein. Guck mal, sie macht die Dinger einfach ab. Nein. Nun, nun, nun. Papa? Ja, ich bin Papa. Ich bin schon das mit GV, das reicht schon eine Woche sicherlich. Ja, aber vielleicht will ich auch mal eine Snacken, wenn ich da bin. Ah, ja, ja, ja. Papa? Es ist klar, dass du bin ich. Ich bin heute besser. Ich bin hier auf die Ecke. Ja, ich weiß los. Aber ich bin jetzt einfach mal in Oma Bescheid. Ja, sag mal kurz in Oma Bescheid. Sag mal kurz, Pschüss, guck mal schau. Ich mach Schneeco. Einfach Schmeeco, ne? Einfach hier mit. Ich habe hier jetzt gerade die Tapeten bestellt. Richtig geil. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Bei Knudsen wohnen. So muss das sein. Ich kann euch ja mal einen Sneak Peek geben. So. Sieht das nicht absolut geil aus? Wir haben uns verliebt. Ich dachte, ich werde nie so ein Typ, der irgendwelche so eine Tapeten hat. So Glöcknack-Tapeten oder so. Aber man kann das schon echt geile Sachen machen. Hoffentlich sieht es auch so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich habe hier noch einen von den Strand an, den wir eigentlich für die Krankenhausentlassung haben. Da ist nämlich eine Alarmelage dran. Das heißt, ich muss nochmal zum Baby-One. Wird nicht weniger, ne? Fängt schon mal gut an auf jeden Fall. Als erstes, falls das nicht in mein Auto passt, ist gerade kein Transporter verfügbar. Und zweitens, so, na, dann habe ich jetzt gefahren. Ich kenne den Weg ja, klar. Ich kenne das, wenn man so geistesabwesend nicht jetzt daran denkt, ah, ich fahre jetzt für Kea, sondern aus Routine Richtung Krankenhaus sozusagen fährt. Und jetzt bin ich in die linke Röhre gefahren, aber da komme ich nicht von der Autobahn, wo ich raus muss, zu Ikea. Also hier muss ich jetzt einen Umweg fahren. Ich habe hier hinten ja alles freigeräumt. Das Beste wäre jetzt noch, wenn die Sachen nicht reinpassen. Ich messe das gleich zwar aus, aber stellt euch vor, ich kaufe das schon, laufe damit zum Auto und komme damit den Sachen nicht weg. Das hat er bestimmt nicht mit Absicht offen gelassen. Ich bin angekommen bei Ikea. Das ist ja schon irgendwie Platz. Da ist schon Platz. Aber ich habe hier, ich bin ja Vater, das ist ja Zollstuhl natürlich dabei. Der wird jetzt hinten in die Hohentasche geklemmt, dass das T-Shirt natürlich nach oben ist, dass man das sieht. Ich bin jetzt hier im SB-Lager. Hier könnt ihr den einfach mal sehen. Also das wäre dieser Hocker und das ist der Sessel. Ich habe gerade nochmal ausgemessenes Auto. Hier habe ich ihn gefunden. Ich hatte mir einen Screenshot im Handy gemacht, wo die Sachen schon sind, damit ich einfach noch hinlaufen muss. Der ist auseinandergebaut. Also hinten, die lehnen ist es dran. Falls das Paket ist, wie ihr sehen könnt, gar nicht so groß. Passt easy rein. Sehr gut. Würdet ihr diesen Schuh dazu nehmen, oder nicht? Die will ich nicht haben. Aber sie legt sich eigentlich auch so immer die Füße hoch. Und das ist 100 Euro nochmal, ne? Für diesen Füße. Die kann ich ja sonst nochmal nachkaufen. Ich denke, das wird echt cool so ein Stellen. Ja. Easy. Next step. Brusali Schuhschrank. Weil wir ja jetzt Platz für den Kinderwagen da brauchen. Brauchen wir einen Platz für Schuhe. Haben wir noch auf Lager. Sollte auf easy reinpassen. Okay, ich hab nur den U-Bild, ob das da dazwischen passt. Aber es ist zu breit. Last but not least. Die zweite Stande für die Kälte. Wieder im Parkhaus. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich hab gerade noch Hudo-Karma-Punkte gesammelt. Da ist jemand mit dem Handy so hin- und hergelaufen. Ich so, hä? Dem kenne ich den Move. Äh, meinte, ne? Die Transport von Herzig auch letztens hatte. Einmal weiter oben. Hat er sich gepräut. Es sieht doch gar nicht so viel aus, ehrlich gesagt. Noch eine Kleinigkeit für Mauer noch zu brauchen. Gittler, Klassiker, Rander. Ich denke, sie freut sich. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Danke für die Decke zu liegen. Die Decke haben wir immer noch von der Baby. Äh, ne? Gender. Gender Reveal. Und ich hab mir noch Sorgen gemacht. Hier ist noch so viel Platz. Ich bin heute so unnormal früh. Sie wird gar nicht mit mir rechnen. Geil. Wir sind hier bei unserem Lieblingsmilch-Crew angekommen. Das ist nicht gewohnt, dass ich so früh da bin. Ja. Und ich hab den anderen Bullack hier. Wöschel. Man merkt, er kriegt auch schon Hunger. Also, er ist schon unruhig. Und sie war auch ganz verwundert, dass das natürlich alles in den Audi reingepasst hat. Aber es hat easy peasy reingepasst. Weil... Wo brauchen wir denn ein neues Auto rein? Wir packen alle, da kommt auch noch mal rein. Hä? Wir sind so blöd. Wir lassen einfach die ganze Fläche umgeklappt und legen einfach alle Hältereien hin. Ja. Oh Mann. Ich glaub, der ist nicht früher, dass wir jetzt einen Bus kaufen müssen. Da passen auch zehn andere Kinder rein. Das ist entspannt. Da brauchen wir auch keine Kinder, jetzt können wir die zurückbringen. Kissen, ne? Der kann küssen. Ja. Danke für die Tipps, Leute. Falls, ne, einige Humor, Baby dabei sind, das war natürlich Spaß, aber der Staurum, wenn... Bis die Loser, die es nicht gecheckt haben. Ja, ist so, Digga, ihr Keks, Alter. Aber jetzt mal in no joke. Der Stauraum ist wirklich sehr, sehr viel, wenn man die jetzt umgeklappt hat. Für die Wohnung damals, weil ich hier immer Bahn in Dartenburg gemacht habe, da hat er auch mal richtig viel... Ja, oder als wir die ersten vier Fahrten beim Umzug gemacht haben, da haben wir die, was wir viel wieder mal reingeladen haben. Ja, ja. Ich hab mit unserem Freund, der uns netterweise beim Malern da hilft, weil ich es einfach besser kann. Mit ihm habe ich gerade noch beschrieben. Es wird diese Woche auf jeden Fall noch gemacht. Wir wissen alle nicht, wann wir entlassen werden, deswegen... Wollen wir es halt schnell fertig machen. Es soll natürlich alles fertig sein, wenn die beiden nach Hause kommen. Und was sagst du dazu, Bullack? Ich glaube, er sagt, machst du der Opschle. Das Wichtigste vor dem Krankenhausaufenthalt ist natürlich, die Nägel zu machen. Diese Weißspitzen, die halten jetzt schon so lange und sie sehen echt sehr, sehr schön aus. Ich hatte da vorher rosa. Ja. Und dann hab ich gedacht, egal, komm, ich mach noch einmal fresh fürs Krankenhaus. Nee, wichtig. Aber die Nägel, die halten nicht mehr. Ich hab aber die Tapeten bestellt. Also ich musste fünf Pakete sozusagen kaufen. Ich hab gestern die Wände ja ausgemessen. Im letzten Vlog habt ihr gesehen? Nein, gut. Die fügt bei dir anders an. Bratan. Ey. Boah, der hat mal so Hunger, ey. Wenn die Kinder Hunger haben. Ein Paket, wir müssen fünf Stück kaufen. Gerade statt 55 Euro, 23. Nein. Ja. Wir machen jetzt das Challenge. Die Pizza ist da. Ich geh runter und wieder hoch und sie muss in dieser Zeit duschen. Duschen. Mit Haaren. Mit Haaren. Ja. Ich war langsamer. Obwohl sogar noch meine Beine hier gerade sind. Boah, krass. Echt? Also so. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann geh ich so nackig hier auf. Aber die Ärztin steht hier so rauf. Ich wollte die Kamera noch filmen. Und das wäre so feinlich. Die Kamera muss so filmen. Wie willst du das denn gehen? Also die... Guck mal, wie ich da stand gerade. Oh mein Gott. Einen angewohnt hab ich jetzt, weil ich mach Diät. Ich fahr keinen Fahrstuhl. Ich lauf immer Treppe. Echt? Ja, ja. Was machst du da? Ja. Nicht nach... Aber über die Straße. Er kommt jetzt. Meine Hebamme kommt gleich. Gucken gleich noch mal wegen dem Milchstau. Und ich fang jetzt an, die nächste Runde zu machen. Ah, eine Prost. Boah, was mein Gott. Lia zieht wieder bei uns ein, ne? Das haben sie in der Story vermisst. Sie war nur im Urlaub, Leute. Alles gut. Sie wohnt noch bei uns. Ich hab Lia jetzt eingesammelt. Ich war im Urlaub. Und wie war's? Schön. Sehr gut, ja. Ich war immer im Strand. Auch als es ein bisschen kalt war, waren wir trotzdem da. Haben wir auf heute eine Decke mitgenommen. Wir haben uns das richtig chillig und gemütlich gemacht. Mama, Mama, Mama. Oh ja. Erstmal ordentlich kuscheln. Welche Farbe hatten die Wände so? Ja, schon anders. Und außerdem, wann reparierst du das? In den Kopf? Ja. Der ist acht. Die trägt ihren eigenen Kopf. Das ist doch wunderschön. Guck. Jetzt beginnt das große Aufbauen. Aber warum ist die Tür so? Wollen wir mal nachts schäumen? Zack. Dunkel. Ja, sie kann wirklich gut schlafen. Da braucht man kein Handtuch aufzulenken. Erzähl doch mal, wie findest du den Kinderwagen? Schön. Der ist klasse, ne? Erstmal einen Kuss drauf gegeben, ne? Besser ist das. Hier hat ein richtig schönes Bild gemalt für die Zwillinge. Macht kein Auge, dass wir Zwillinge bekommen haben. Nein, da sind nur drei. Da sind wir dran. Da ist gar nichts kaputt. Schuhschrank wird aufgebaut. Ich hatte mir überlegt, dass wir den Schuhschrank hier in den Flur tun. Also hier vorne, da wo das Bild steht. Weil der ist schon 30 cm tief und das würde da hinten beim Treppenaufgang, glaube ich, stören. Ich teste es aber gleich mal aus, wenn der aufgebaut ist. Dann gucken wir mal zusammen. Dann könnt ihr auch mal schreiben, was ihr hier besser findet letztendlich. Ich werde mich zwar heute entscheiden müssen, aber fertig. Ich zeig ihr das jetzt mal. Also hier wieder hier. Schön auch. Ja? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Hier. Oh, ist auch schön aus. Boah, ist voll schwierig. Es passt halt nicht zu diesem Hochglanzding, finde ich. So? Ja. Aber erstmal sind da schwarze Knöpfe dabei, was schon mal gut zu dem Spiegel passen würde. Guck mal, das steht fast gar nicht über. Boah, ist das das, oder? Ich finde das, glaube ich, auch besser. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr das hingetan hättet. Ich baue jetzt hier gerade das Ding ran. Ich habe jetzt hier gerade so mega geile Dübeln. Und zwar Hohlwanddübeln. Das ist super extra, dass wir hier... Hier sind so... Und diese Wände, diese... Ist das Riegel? Siehst du meinen Kopf? Hm? Siehst du meinen Kopf? Da ist ein Loch. Mhm. Und hier ist ein Loch. Ja, jetzt müssen wir noch hoffen, dass das passt. Auf jeden Fall, die macht man so... Macht man mit dieser Pistole so, zack. Und dann spreißen sie sich hinter der Wand auf und dann hält das nämlich. Also, damit könnt ihr schwere Sachen an solche Wände hängen. Also, richtig gut. Jetzt steht das gute Stück hier endlich. Was sagt ihr? Steht auf jeden Fall fest. In die Mitte von diesen viereckigen Dingern wird Hochglanzfolie kommen. Und dann wird das optisch auf jeden Fall ein sehr schönes Gesamtbild geben. Und, was ich mir jetzt auch noch gedacht habe, oder auf jeden Fall, weil wir haben einfach so viele Schuhe und jetzt haben wir noch zwei Boys, die beide nach Hause kommen. Da kommt dasselbe nochmal hin. Dann haben wir auf jeden Fall Platz für irgendwie 36 Paar Schuhe oder so. Und dann reicht das auch für uns. Morgen geht's weiter mit den Vorbereitungen. Der Sesse muss aufgebaut werden und noch viele weitere Dinge stehen an. Seid auch dann gerne dabei. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, um uns kostenlos zu unterstützen. Schreibt gerne einen Kommentar, wo findet ihr den Schrank besser und so weiter und so fort. Und folgt uns durch den Kanal, um unseren Weg mit den Zwillingen und quasi als Großfamilie nicht zu verpassen. Tschüssi! Tschüss! Tschüss! 3